hallo meine lieben hier ist natascha mit einem neuen video für euch und heute basteln wir meine inspirationskarte für die aktuelle paper shelter challenge ich habe ja euch öfters gesagt dass ich halt im design team bin und alle zwei wochen in der regel wenn ich das natürlich auch schaffe gibt es eine inspirationskarte von mir und ja ab und zu schaffe ich es auch ein video dazu zu drehen ich habe euch da kurz das bild also bild gezeigt was ich mir ausgesucht habe als hauptmotiv für meine karte und ich habe mich entschieden heute mal wieder einen hintergrund aus papier resten zu puzzeln sage ich mal dafür habe ich jetzt ein drucker papier auf eine quadratische größe von 14,2 x 14,2 cm zugeschnitten habe mir dann halt jetzt auch markiert wo quasi die die diagonalen verlaufen und ich habe in natürlich vorher schon ganz viele quadrate gestanzt ich habe neuen stanzer von kreativ und besser gesagt von dress my craft und damit habe ich ganz viel von meinen papier resten gestanzt und jetzt fängt quasi der spaß an das heißt wir haben hier ein parmiston distress stempelkissen einen wischer und natürlich meine ja den flüssig kleber den ich aktuell am meisten benutze das ist der wie sag mal billige takey glue vom action ich habe die kanten von den gestanzten quadraten mit dem wischer eingefärbt dass es halt parmiston ist und ich sag mal warmgrau das ist eine farbe die ich eigentlich ganz gerne mag und ja es passt jetzt einfach zu dem blauton und jetzt fangen wir einfach an zu puzzeln wie ihr seht habe ich auch teilweise kleinere stücke gestanzt das heißt es sind keine ganzen quadrate die sortiere ich schon so ein bisschen vorher aus und klebe halt erstmal nur die großen die kompletten quadrate fangen in der mitte an und arbeite mich dann von der mitte aus nach außen ich zeige euch auch nicht den ganzen prozess das würde das video sprengen ich möchte meine videos so knackig wie möglich halten was schon sehr schwer ist bei meinen sage ich mal etwas aufwendigeren karten ich bin halt wirklich kein klingend simple typ und ich versuche zwar immer videos mitzuschneiden und zu drehen aber ab und zu habe auch ich keine lust ist einfach so ich habe vorhin festgestellt dass ich einen dazwischen hatte der halt kein ganzes quadrat darstellt da fehlte nur ein oder zwei millimeter die habe ich halt beiseite gelegt habe den kleber vorher natürlich sag ich mal gerettet und ja wir sind sozusagen schon fast an der kante angekommen da ihr seht dass ich mit flüssig kleber arbeitete was ich früher zum beispiel auch nicht gemacht habe bei der kante habe ich jetzt nur den kleber wirklich so präzise versucht anzubringen dass ich halt an der kante entlang kein kleber habe ihr wisst ich nehme meine hintergründe ja mit der nähmaschine und da brauche ich halt an der stelle überhaupt kein kleber das wird hinterher mit mit garn quasi festgemacht und es ist absolut unnötig und außerdem verklebt es auch die nadel deswegen sollte man dann halt diese stelle auslassen wer natürlich keine nähmaschine zur verfügung hat oder nicht gerne näht der kann komplett so wie es ist alles aufkleben so da da nein also ich habe mir überlegt was ich denn als deko noch verwende zu dem motiv habe das motiv natürlich auch schon passend zu gerecht geschnitten das ist die neue das neue set was ich jetzt ins video gehalten habe es habe ich noch gar nicht verräumt habe mich dann entschieden bisschen washi tape mal wieder zu benutzen alles was ich verwende liste ich auch in der infobox auf das heißt es gibt stanzteile oder stanz elemente die ich benutze die sind schon wirklich wirklich alt also es kann sein durchaus sein dass man die halt auch nicht mehr käuflich erwerben kann das tut mir wirklich leid aber ich bastel schon wirklich seit muss überlegen aber ja 17 jahren und da sammelt man halt sachen an also ich bin keiner der alle paar monate meine sachen verkauft ich horte alles was ich kaufe wird halt wirklich adoptiert und es verlässt das haus nicht mehr ich habe einfach das washi tape hier angerissen das erste das mit dem druck das ist so alt es klebt nicht mehr aber das macht nichts ihr könnt wirklich mit klebestift oder mit flüssig kleber das ganze retten ihr müsst halt den kleber separat auftragen aber macht ja nichts ich habe eins mit schriftzug das mehr oder weniger transparent ist dann etwas graues das müsste sogar von hema sein das ist auch etwas was ich schon seit jahren besitze wurschtetap wird halt mit dem alter nicht besser das heißt wenn ihr das habt benutzen das ist so mein tipp an euch wie ihr seht habe ich auch wieder so ein label an der seite aufgeklebt dann habe ich aufgeklebt bevor ich genäht habe ja jetzt seht ihr schon das genähte ergebnis ich habe das ausgesuchte diegestempel motiv ausgestanzt das ist quasi ein quadrat mit bötenrand habe aus dem also in derselben größe noch drei weitere quadrate gestanzt aus meinen papier resten und klebe sie jetzt mit flüssig kleber einfach übereinander da der blütenrand natürlich nicht auf jeder seite gleich ist müsst ihr halt gucken dass ihr wirklich die richtige ecke findet und quasi dann richtig übereinander klebt also das ist das einzige was man bei sag mal nicht gleichmäßigen quadraten beachten muss und jetzt fehlt nur noch dass das motiv oben drauf kommt das gebe ich halt zum schluss nachdem ich meine drei lagen schon zusammen habe und natürlich wie immer gucken dass ihr die kanten richtig vernünftig schiebt flüssig kleber lässt halt noch ein bisschen spielraum zu und das ganze hinterher beschweren damit der kleber an allen stellen gleichmäßig verteilt ist und platt gedrückt wird flüssig kleber ist halt flüssig wie schon sozusagen der name sagt und dadurch wird euer papier halt aufgeweicht und welt sich und wenn ihr das ganze beschwert könnte das ganze ein bisschen so vermeiden ich habe auch schon einige weitere quadrate zwei bötenrand also die größere größe von dem quadrat quasi und ich habe ein action quadrat mit wellenrand und lochung mehr ausgesucht das halt etwas größeres als mein hauptmotiv hier klebe ich das transparentpapier bereits auf schwarz und transparentpapier klebe ich am liebsten halt mit doppelseitigem klebeband aber auch nur an der stelle die nicht sichtbar ist weil transparentpapier sich sehr schnell welt also noch schneller als etwas festeres papier ist ja logisch weil es auch so hauchdünn ist mit einer stand schablone von nelly's nennen habe ich einige sternelemente oder teile von sternen gestanzt das ist übrigens das gleiche schwarz was ich auch zum matten von meinem hintergrund benutzt habe das war ein verpackungs material von einer schablone das ist so ein bisschen glänzendes papier gewesen ich habe es aufgehoben und habe das halt in meiner restekiste geschmissen und da ich jetzt schwarz haben wollte benutze ich das und wie ihr seht ihr müsst auch nicht komplett die ganze stanze ausstanzen es reicht auch wirklich ein teil von einem element wie in dem fall der stern hier seht ihr auch die rückseite von meinem verpackungs material das ist ja kein problem also solange eine seite euch gefällt egal ob das design ist oder wie hier einfach einfarbig ihr könnt das immer wieder benutzen die kreise oder beziehungsweise die rahmen sind auch aus einem action stand schablonen set dann gab es drei größen ich habe die kleineren zwei mir ausgesucht und habe dann aus dem action aquarellpapier wovon ich auch jede menge reste sammle einfach gestanzt und ihr seht auch das was bei den rahmen raus fällt liegt auch oben links im bild das habe ich natürlich auch aufgehoben ich wusste zu dem zeitpunkt nicht werde ich die benutzen oder nicht ich habe es erstmal da liegen lassen und ja wie ihr seht ich schichte einfach so wie es mir gefällt das ganze unter das hauptmotiv und die ganzen schichten und klebe das auf der rückseite mit dieser film fest weil das einfach die leichteste variante ist es sieht hinterher keiner hier habe ich mich entschieden die kreise dann zu benutzen und habe dann halt den kleinsten einfach halbiert und hingesteckt wo ich das haben wollte und einfach festgeklebt auf der rückseite das sieht man hinterher nicht und ich benutze ja in letzter zeit auch überwiegend pappe um das ganze auf meine karte aufzukleben das heißt es hat dann auch ein bisschen stabilität es hat aber auch die höhe die ich möchte hier habe ich mich entschieden einfach nur so einen kleinen teil des kreises zu benutzen einfach weggeschnitten was ich nicht brauche und ja da war ich schon zwischen den schichten und da habe ich mich entschieden das ganze dann auch wieder festzukleben hier ist auch schon ein stück pappe ich probiere mich halt aus was denn wie viel größer ich eigentlich brauche weil soll natürlich auch nicht durch das ganze element durchscheinen es muss relativ in der mitte bleiben habe ich dann entschieden dass ich dieses diese pappe die ich ausgesucht habe doppelt lege das ist ein relativ relativ dünne verpackung gewesen es gibt halt auch bei pappe verschiedene dicken und ich denke die beiden zusammen ergeben vielleicht millimeter ich habe ein stück doppelsattiges klebeband und natürlich wie immer auch jede menge flüssig kleber aufgetragen klebe schon mal die zwei schichten pappe zusammen und ja das ganze muss jetzt natürlich hinter dieses ich sag mal hinter die collage die ich da zusammen gewerkelt habe aufgeklebt werden das ganze andrücken gucken dass das wirklich auch passt nichts durch scheint habe auch schon doppelseitiges klebeband auf die rückseite von der pappe aufgetragen habe mich dann aber entschieden bevor ich es aufklebe noch das ganze noch ein bisschen zu erweitern ich habe hier ein knoblauch netz ich habe davon ein stück mehr abgeschnitten habe das mit der schere schon mal in vier stücke geteilt man kann das ja ziehen man kann es auch das ist ja sage ich mal kunststoff relativ flexibel und es ist eigentlich ein abfallprodukt aber wer mich kennt oder schon einige videos gesehen hat so was wie abfall gibt es bei mir nicht bzw ich versuche mit sag mal wenig aufwand oder wird wenig wie soll man das beschreiben also auch sachen mal sage ich mal anders zu sehen und meine sachen auch anders zu benutzen oder zu benutzen bis das gar nicht mehr geht auf jeden fall neben dem spiegelkarton den ich sehr gerne nutze ist auch sowas wie netze und verpackungsmaterial einfach so das was ich am meisten verwende mit dem overlock gahn was ich auch zum vernähen meines hintergrunds benutzt habe in schwarz habe ich jetzt schlaufen angefangen zu drehen ich habe am ende glaube ich drei stück gemacht einfach das ganze öfters um die finger wickeln und wenn es sich nicht allzu sehr verdreht werden es auch richtige kreise das eine hat sich ein bisschen ja zu einer acht gedreht aber das werde ich hinterher noch zurecht biegen so wie ich das haben möchte und jetzt denke ich mal habe ich alle elemente beisammen und kann das ganze aufkleben gucke wo wo ich dann das garn raus gucken lasse damit das halt auch nicht zu sehr verdeckt ist das ist quasi meine letzte schicht gucke dass das motiv auch halbwegs gerade ist beim bütenrand ist natürlich schwierig weil es ist ungerade also ich habe in der zwischenzeit mit standstablon von gina k design mir das today ausgesucht und gestanzt da gibt es eine wort stanze dazu auch ein schatten sage ich mal den schatten habe ich aus transparentpapier gestanzt das wort selbst aus türkisem cardstock und drei schichten aus pappe auch in türkis dazu aus dem selben naja was heißt derselben set aber das war mal ein kit das gehörte zusammen ich habe auf jeden fall aus dem stempel set einen spruch ausgesucht und mit dem memento tilsial sie keine ahnung wie man es ausspricht habe ich halt das ganze angefangen zu stempeln und festgestellt dass das irgendwie wenig gefällt gut der stempel ist neu versuchen wir es noch mal also den stempel wieder einfärben ein anderes eine andere ecke vom papier nehmen immer noch nicht das richtige ich habe dann das ganze natürlich nicht aufgegeben noch mal eingefärbt etwas tiefer gestempelt gut ich habe mich entschieden das wird wohl nichts wir versuchen das ganze noch mal habe das ganze um positioniert weil ich mir gedacht habe vielleicht ist es zu nah an der kante da wo das scharnier ist es ist ja oft dass das zu sehr zerdrückt mit ganz wenig druck habe ich das ganze dann gestempelt war immer noch nicht zufrieden dann habe ich mich entschieden einfach ein anderes stück papier zu benutzen das erste war halt ein karteikarten rohling beziehungsweise das was vom motiv über geblieben ist und das zum beispiel ist leser drucker papier was ich halt in letzter zeit für meine die stempel benutzt etwas etwas stabileres papier und da zerläuft die farbe einfach nicht also es ist wirklich wichtig auszutesten und das papier ist genauso wichtig wie der stempel also wenn ihr dann zum beispiel beim stempeln schlechte drucker ergebnisse habt vielleicht ist dann liegt das tatsächlich am papier und karteikarten rohlinge sind zwar sehr günstig aber die sind auch von der qualität her nicht besonders toll ich habe mich entschieden diesen spruch dann natürlich auch auszustanzen ich habe zuerst gedacht ich nehme eins von meinen china key label stanzen die sind aber etwas dicker als die neuen die ich von waffel flower habe und habe mich dann halt für den schmaleren entschieden natürlich muss man gucken dass der abstand links und rechts halbwegs passt und beim ich sag mal schon bestempelten motiv benutze ich tatsächlich auch zur sicherheit immer klebeband damit sich bloß nichts verschieben kann und ich den spruch vernünftig ausgestanzt habe gucke wie das über meinem gestanzten today ausschaut gefällt mir eigentlich ganz gut also habe ich mir gedacht das ist immer noch zu dünn jetzt muss ich das ganze noch schichten weil es sonst diese stabilität nicht hat und ich mag es nicht wenn die sprüche einfach nur plump mit einer schicht aufgeklebt werden das kann man auf dem karten rohling machen aber wenn das über ich sag mal so ein filigranes wortelement soll dann muss das halt auch eine gewisse stabilität haben habe hier tatsächlich einfach ein streifen aquarellpapier benutzt dass ich normalerweise beiseite lege und habe daraus dann dreimal dieselbe größe gestanzt die ist auch nicht hundertprozentig das macht auch alles nichts es geht nur darum dass es halt nicht größer ist als das wort was ich ausgestanzt habe und klebt das halt wieder mehrmals übereinander um halt den spruch stabil über dieses today dann kleben zu können es gibt dem ganzen bisschen dimensionen wirkt halt auch besser ich weiß auch nicht also irgendwann habe ich da glaube ich ich weiß nicht was jennifer maguire oder bei irgendeinem amerikanischen youtuber habe ich das gesehen und ich fand das total klasse habe das ausprobiert und habe gedacht manchmal so simple sachen wie das verändern die ganze optik also ich meine ich habe keine chipboard zu hause ich habe das bis jetzt nie irgendwie groß gekauft weil ich kein scrapbooker bin aber ihr könnt euer chipboard quasi selber herstellen genauso ist das beim today ja auch ich habe das ja auch in vier schichten übereinander geklebt ich habe das vorher getestet wie das ungefähr auf meiner karte aussieht habe dann nicht bedacht dass der kleber natürlich erst mal kleben muss ja als ich die position gewählt habe und zufrieden war habe ich natürlich wieder gewicht obendrauf geguckt dass das auch wirklich gerade ist deswegen war mein kopf im bild ja und jetzt geht es eigentlich nur noch darum dieses motiv auszumalen und ich muss auch sagen ich bin da so ein bisschen raus gewesen ich habe schon längere zeit keine karte gemacht beziehungsweise nicht wirklich viel koloriert und ja man merkt das schon dass es einem dann schwerer fällt ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig damit zufrieden aber mein gott ist okay ich habe angefangen mit einem dunkelblauen ton das ganze also den hintergrund quasi einzufärben arbeite wie immer mit meinem wassertank pinsel und nehme mir die farbe von der spitze des aquarellstiftes direkt runter warum ist das so ich habe festgestellt je nachdem was für aquarellstifte ihr verwendet und direkt aufs papier malt entstehen teilweise wirklich diese sag mal kritzeleien und ihr kriegt ihr halt nicht mehr verwischt und das mag ich nicht und da ich jetzt auch überwiegend mit distress reinkern koloriere was ja flüssig ist finde ich dass das halt dem ganzen am nächsten kommt und ich habe etwas mehr kontrolle über die farb intensität über die farbverteilung kann halt auch bei so dunklen motiven entschuldigung bei den dunklen farben auch die farbe besser verteilen ist manche farben verwischen sich super andere wiederum nicht und ich habe halt aquarellstifte von verschiedenen marken bzw ich habe ganz günstige von aliexpress ich habe noch relativ alte die ich schon seit 15 jahren verwende und die waren damals auch nicht gerade teuer und ich denke mal es liegt auch an der pigmentierung und es kann sein dass die teuren stifte da besser sind aber ist ich sag mal so ich sehe es nicht ein für mein hobby mehr geld auszugeben als notwendig und ich muss auch sagen dass auch mit billigen materialen man wirklich das erreichen kann was man möchte es erfordert natürlich übung das ist klar und es ist noch kein meister vom himmel gefahren gefallen und nur weil man teure stifte hat malt man nicht gleich schöner oder besser oder wie auch immer ihr müsst das ganze so ein bisschen ich meine eigenkritik ist ja schön und gut aber schaut euch gerne weitere videos an inspiriert euch von anderen künstlern und handwerkern bastlern wie auch immer jeder hat eine andere technik jeder macht das anders ich finde aber man kann bei jedem irgendwas mitnehmen man kann noch dazu lernen ich habe zum beispiel jetzt hier bei dem mond ein bisschen zu viel blau benutzt und habe den mond mit angemalt was fand das fand ich nicht so lustig habe das ganze versucht zu retten indem ich das ganze mit wasser angelöst habe aber blau ist halt ein intensiver ton den kann man halt nicht so einfach lösen also meine lösung ist einfach übermalen ja es ist also ihr seht das video ihr könnt das nachvollziehen ihr seht dass ich den fehler gemacht habe aber ein außenstehender der das nicht weiß der wird es auch nicht sehen bei dem mond habe ich erstmal einen recht hellen gelbton verwendet um den mond komplett anzumalen und habe dann mit grau angefangen die krater zu malen waren aber diese drei krater einfach zu wenig also habe ich einfach drauf losgemalt und paar weitere dazu gemalt habe ich dann entschieden dass ich dann halt die linke seite für den schatten benutze in dem fall und rechts ein bisschen heller werde dem ganzen ein bisschen struktur gebe und ja jetzt bin ich schon dabei das ganze ein bisschen außenrum zu schattieren habe dann mich entschieden die mauer dann auch in grau zu halten also insgesamt ist das bild ja passend zum hintergrund in blau schwarz beziehungsweise grau tönen es ist jetzt auch wirklich nicht meine beste kolleration wie gesagt ich bin da so ein bisschen raus aber man macht das beste draus das heißt ja oft auch gerade bei aquarellstiften schichten das ist auch sehr wichtig das heißt ich wurde auch öfters schon gefragt wie kann es sein dass deine bilder so knallig sind das sind doch aquarellfarben oder aquarellstifte aquarellstifte sind pastellig oder heller natürlich sind sie das ich mal ja auch nicht nur mit einer schicht alles aus und dann bin ich zufrieden und fertig nein da sind ja zwei drei vier fünf je nachdem wie oft ich über das gleiche motiv gehe schichten und ja man fängt halt hell an und wird zunehmend dunkler natürlich muss man auch dann wissen wann ist das dunkel genug dass ich aufhören muss aber ja bei mir ist halt schwarz wirklich der letzte der dunkelste ton wobei schwarz natürlich nicht auf die haut gehört also ich finde das wirkt dann so ein bisschen unrealistisch beziehungsweise für eine halloween karte mag das ja gut aussehen wenn das gesicht so stark schattiert ist dass man auch wirklich den schatten schwarz sieht aber in der regel passt es einfach nicht auch bei tieren muss man halt schon ein bisschen aufpassen dass es halt nicht zu dunkel wird hier bei der haut habe ich dann so ein bisschen ich sag mal so ein gelb braun verwendet ich fand irgendwie durch die schlitz augen sieht sie ein bisschen asiatisch aus also habe ich dann versucht auch den hautton etwas in die richtung auch zu zu wählen habe ihr trotzdem rosa wangen und lippenstift in rosa gegeben es ist ja ein punkiges mädchen sage ich mal und eigentlich hätte sie wahrscheinlich auch eher schwarze haare kriegen sollen aber ich bin halt ein absoluter manga und anime fan und bei den asiaten ist halt ein punk blond deswegen habe ich mich tatsächlich entschieden auch die kleine in blond zu kolorieren die asiaten sind ja alle eher dunkelhaarig und um sich so ein bisschen abzusetzen oder halt anders auszusehen färben sich halt die ich sag mal die schlimmeren kinder die haare eher blond bei uns ist das halt andersrum und ja ich ich sehe das so halt dass ich mich da ein bisschen sehr von inspirieren lasse weil ich das einfach auch täglich mehr oder weniger gucke und lese und das ist halt mein begleiter ich habe mitte mit braun angefangen die haare zu schattieren und dann gibt das ganze dem blond sage ich mal auch ein bisschen mehr struktur und auch bei richtig blonden haaren ist das ja so die haare sind ja nicht nur hell oder gelb oder wie auch immer auch blonde menschen haben mehrere farbtöne im haar und das kann man halt so ein bisschen aufgreifen und imitieren für die augenfarbe habe ich tatsächlich auch blau gewählt weil das halt zu dem hintergrund am besten passte und ja manchmal sind das komische entscheidungen habe dann angefangen auch ihre kleidung langsam einzufärben das heißt die stiefel sind bei ihr auf jeden fall schwarz aber ihr wisst ja schwarze schuhe oder schwarze kleidung wenn ihr das ganze schwarz ein färbt das sieht doof aus deswegen grau und schattieren das ist immer die bessere variante für die kleidung für den rock und korsett was sie trägt habe ich dann ein türkiston gewählt habe dann auch ein paar stellen ausgelassen wo ich denke das müsste ja eigentlich so ein bisschen licht vom mond bekommen das heißt licht kommt von oben rechts so ein bisschen und dementsprechend habe ich so ein paar highlights offen gelassen und dann wenn man sozusagen den ersten grund anstrich fertig hat dann kann man anfangen dunkler zu werden zu schattieren hab ihr zum beispiel jetzt eine schwarz weiße gestreifte strumpfhose verpasst das ist so ich weiß nicht aus den gorgeous motiven habe ich das quasi mir angeeignet dass das irgendwie ganz gut aussieht mit schwarz weiß man hätte natürlich auch hier eher türkis weiß oder türkis schwarz wählen können aber irgendwie weiß ich nicht zu viel kontrast ist manchmal auch nicht schön beziehungsweise ich bin da kein fan von ich bin eigentlich überwiegend monoton das heißt wenn ich mich für eine farbe entschieden habe wie jetzt zum beispiel beim hintergrund in türkis versuche ich auch diese eine farbe zu benutzen aber es wirkt halt nicht immer schön und ja man experimentiert und probiert auch mal was anderes aus hier habe ich einen dunkleren braunen ton genommen und die haare weiter strukturiert beziehungsweise schattiert und noch mehr kontrast reingebracht weil ihr kräftiger die farbe ist die benutzt desto stärker ist dann der kontrast hier gehe ich sogar schon in schwarz über und versuche diese ganzen maurelemente so ein bisschen hervorzuheben und ich finde dass es mir tatsächlich besser gelungen als ich erwartet habe und ich hätte das gedacht schwarz ist vielleicht zu viel des guten aber es passte einfach und habe dann tatsächlich auch mich entschieden sogar die krater mit schwarz noch stärker einzufärben ja mit der koloration sind wir jetzt auch endlich durch ja ich habe dann das fertige today plus den spruch let's celebrate you aufgeklebt habe mich dann entschieden auf die rechte seite weil da ja so ein bisschen höhenunterschied ist mit pappe zu erhöhen damit das ganze besser auf der karte besser auf der karte sitzt beziehungsweise den linken element kann ich ja über das motiv kleben das ist aber wesentlich höher als der rechte bereich der karte der ist ja ziemlich flach beziehungsweise viel tiefer als das hauptmotiv ihr habt ja vorher gesehen ich habe es ja auch mit pappe erhöht versuche das ganze halt jetzt mit zwei schichten pappe die ich dünn genug geschnitten habe dass das hinter dem let's celebrate you verschwindet und mit flüssig kleber trage ich das ganze dann halt auf der rückseite auf beschwere das ganze damit das auch setzen kann und jetzt fehlen eigentlich nur noch so ein paar ich sag mal dekoelemente oder schmucksteine so das letzte tüpfelchen ich habe in letzter zeit von pink fresh glitter drops gekauft hab dann halt jetzt welche die sind eigentlich eher mint farben würde ich sagen ist nicht richtig nicht richtiges kräftiges türkis aber es passte farblich trotzdem ganz gut zu der karte die habe ich halt in meinen drei behälter hier ausgeschüttet damit ich die besser greifen kann und ich habe zwar alles mögliche raus gekramt vier sternchen und schmucksteine in verschiedenen größen aber ich finde dadurch dass die karte irgendwie schon recht voll ist dass ich gar nicht so viel hier brauche und habe mich dann entschieden wirklich nur die zu benutzen hier habe ich festgestellt dass mein knoblauch netz nicht fest ist habe das versucht irgendwie drunter zu schieben das hat alles nicht so funktioniert habe dann mit flüssig kleber das ganze dann angeklebt wo wo ich dann dran kam also auch das ist kein problem man kann es immer noch retten haben halt die schichten ein bisschen angehoben darunter gesteckt kleber verteilt und mit der pinzette das ganze ein bisschen geholfen reinzudrücken habe dann festgestellt dass man das alles so zu weit raus guckt habe das ganze mit der schere noch ein bisschen gekürzt das sind halt so ich sag mal kleine fehlerchen die sich manchmal beim basteln einschleichen aber sind so kleinigkeiten die man auch ganz gut beheben kann ich habe erstmal drei punkte kleber so ich sag mal im dreieck um das today quasi verteilt das heißt unten drunter rechts daneben und auch links vom bild das ist halt so ein bisschen diese dreieck in die länge zieht und habe erst mal drei größere drops aufgeklebt habe daneben dann noch jeweils noch einen punkt kleber gesetzt und meine schmucksteine bzw glitter drops von pink fresh studio verteilt und als drittes habe ich dann ganz kleine zwei millimeter schmucksteine benutzt das ist kein richtiges schwarz das ist eher ein anthrazit die habe ich von aliexpress und ja die passten jetzt farblich zu dem ganzen und damit ist meine karte tatsächlich auch fertig jetzt also die karte an sich schon aber wie ihr seht kartenrohling fehlt noch das heißt das was wir bis jetzt gestaltet haben ist eigentlich sozusagen der kartenaufleger das heißt ich habe einen fertigen kartenrohling in 15 x 15 von action den benutze ich als kartenrohling und jetzt müssen wir das ganze nur noch auf diesen kartenrohling aufkleben da benutze ich halt auch gerne pappe ich schneide sie mir zurecht das heißt in dem fall müsste das auch ungefähr wie der hintergrund 14,2 x 14,2 cm sein das habe ich jetzt außerhalb des videos zurecht geschnitten weil der trimmer dafür ich brauche schon einen großen das ist nämlich eine rückwand von einem 30 x 30 zentimeter block und den krieg ich halt nicht mal eben so ins bild dann klebe ich das ganze wieder mit doppelseitigem klebeband am rand entlang und verteile großzügig wieder flüssig kleber auf der ganzen pappe wie ihr seht oder wie ich das auch schon öfters erwähnt habe benutze ich halt diese kombinationen ganz gerne weil doppelseitiges klebeband klebt sofort und flüssig kleber braucht zwar eine gewisse zeit zum setzen und zum kleben dafür klebt es aber dann bombenfest auch auf der rückseite nochmal das ganze ich reiße mir das doppelseitige klebeband so mit der hand direkt ab das geht schneller habe dann auch jetzt stück pappe quasi die weiße schicht abgezogen beim abreißen das doppelseitige klebeband ist zwar nicht so stark aber auch dafür schon ausreichend macht aber nichts man sieht es ja hinterher nicht also das ist ja wirklich total uninteressant auch hier wieder großzügig doppelseitiges klebeband am rand und natürlich mein flüssig kleber auf der ganzen pappe vor dem aufkleben vor dem aufkleben immer gucken dass ihr die richtige seite erwischt ich möchte halt eine zeltkarte sozusagen haben das heißt man kann die karte halt später sehr gut aufstellen es ist schöner zu fotografieren aber auch schöner wenn man die quasi nach dem verschenken irgendwo hinstellen möchte jetzt sind wir aber tatsächlich durch ihr könnt noch ein paar videos videos habe ich schon fotos im anschluss sehen falls euch das interessiert und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video vielen dank fürs zuschauen und bis bald tschüss 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 Vielen Dank.